Gemeinsam mit FreeNow wollen wir aufzeigen, dass jedes Unternehmen mit den richtigen Hygienemaßnahmen einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der eigenen Kunden beitragen kann. Bereits zu Beginn der Pandemie haben wir Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel Trennware in Taxis zu installieren oder auch Fahrer über gängige Hygienemaßnahmen zu informieren. Die Kooperation mit dem Hygienespezialisten Simacek ist für uns der nächste logische Schritt, um unserer Verantwortung gegenüber Fahrern wie auch Fahrgästen nachzukommen, das Taxi wirklich als möglichst sicheres Transportmittel zur Verfügung zu stellen und diese klare Botschaft möchten wir auch besonders in Covid-Zeiten übermitteln, dass das Taxi so sicher wie möglich gestaltet wird. Bei der Desinfektion ist darauf zu achten, dass von außen nach innen gearbeitet wird. Das heißt, wir beginnen bei den Türgriffen, öffnen die Türen und besprühen die ganzen Flächen, mit denen ein Fahrgast in Berührung kommt und unter Berücksichtigung und der Einwirkzeit wird dann feucht nachgewischt.